warum kann Realistik im Verwahrer nicht das wird er dafür schicken was war wieder ein welcher durchgehen ich hier durch bin und bauken Kilometern war ja gut 3.500 Meter zu weniger ich sag auch Alter, ähm, schade, lass ich dich jetzt nicht fahren Ja, äh, das wäre auch jetzt richtig blöde, weil ich gerade nur 95 kmh fahre Na, rat mal, rat mal warum Da hast du wieder deine Reifen gepusst Ja Und es sind wieder nur 60 km, das schau ich jetzt erst recht nicht Da kann ich mich ja catchen lassen Ich schiebe mich jetzt schon wieder an Ja, kannst du mal sehen Für mich haben sie mal auch angeschoben, aber von vorn Hm Der schaltet bei 80 in den dritten, um dann 3 kmh schneller zu werden Ich schaff das noch Nicht Nee, jetzt schaff ich nicht mehr 2 2 1 Wir wurden beide gekatscht Oh yeah Nichts bekommen, dafür hast du jetzt gewartet Hier hast du jetzt nichts gepflegt Nö Ist ja scheiße Du auch nicht, oder? Diese, vielleicht meinen die dieses Prestige und Geld Kann sein Wissen Ja, aber dafür lohnt sich das selber nicht so lange zu warten Ja, dann lad mal jetzt ein Lad mal jetzt Marcel wieder ein Ja, okay, ich lade jetzt zu diesem Homerun hier ein Mh, wir hängen hier nach 1043 für unsere Zielerleiter Meld uns wieder Meld uns wieder Das regnet dicke Husten auf Ja, jetzt muss ich den Einladen und ich muss den Einladen Ja, ich lade noch mal wieder an Na, Marcel kommt ja wieder, oder? Geh bereit Ja, mach ich drauf Keine Panik Na, noch Racer zusammen, dann kommt's dann, komm, hau, die Zeit haben wir auf, 50 Minuten, ey, boah, schwer. Wenn das immer das gleiche Szenario ist, dann kann man das ja vielleicht gleich mal sehen, da dieses, äh, dieses Straßensperren-Inferno da. Ja, könnte sein. Hauptsache, wir kommen durch. Marcel, räume alles ab, du hast ein Gallardo. Der ist wie ein Keil, da geht alles drüber. Wie will Keils mit Gallardo fahren? Ach, nee. Sofort wieder, wer hellhörig. Was, Gallardo? Gallardo, was? Ich hab einen. Ja, ja, du, das bin ich. Marcel, wenn du nicht so nett wärst. Marcel, Moritz, warum musst du mich immer rammen? Ja, sonst wär ich direkt vor so'n Polizist. Ach, du hast mich jetzt gerammt, ich dachte, das wär wieder der, äh, ne, der Bug. Also, du wolltest das jetzt. Ja, der ist jetzt schon. Also, äh, ja, in Zahlen, ja. Ich hab da nie im Leben festgegangen, habt ihr das gesehen, Leute? Nee. Nee, wir sind nicht. So freu ich irgendwie, wie kenn das jetzt? Aber du seh das bestimmt noch cooler aus mit diesem, äh, ganzen Polizisten da. Der macht das Licht aus. Bist du lustig? Ja. Boah, ich halt meine Finger schon mal bereit für ein Screenshot, ey. Na, aus dem Weh. Mit, hm, hast du mit Frappes gemacht? Hä? Ja, nix, hä. Ja, wie, hä? Ja, mit Frappes. Ja, nee, nix mit Frappes, der fängt jetzt hier wieder an zurück an. Ich dafür, dass du so ein PC hast. Ja, nix. Aber der, der ist doch gut, Moritz. Nee, mit Frappes Screenshots machen das, äh, Boah, das ist eigentlich das gleiche wie mit Druck. Ja, das ist wieder das Szenario. Ja. Da haben sie ja richtig viel, äh, ne, viel Abwechslung in das Spiel gebracht. Zufall, juhu, es gibt hier nichts. Toll, Marcel, wo packst du denn schon wieder? Ach, nee, das war Moritz. War mir so. Ich hätte dir gerade bis zum Grund geschoben. Das war Moritz. Ey, da müssen wir fahren. Fuck doch nicht. Doch, du bist gerade irgendwo vorgefahren. Ich bin jedenfalls vor dir. Ach, nee, ich bin vor Marcel. Ach, das war Marcells Auto. Ja, also. Ja, aber kann ich ja kein Nitro benutzen? Klack hat man, wenn du welches hättest. Äh, ich war ja. Okay. Du musst das nur vielleicht mal da, äh, in die Power-Up-Kings da rein tun. Oh nein, der überholt mich. Das dreckige Arschluchte. Alter, ich bin ein Team. Ja, ihr wisst doch, dass ich in dem, WMW so schnell bin. Ihr wisst, dass mein WMW so schnell ist. Ja, der schnell hat keiner, du hast ihn langsam gehabt. Ja, und? Ich hab ja auch ne Corvette verfolgt mit einem schnellen WMW. Ja, mein WMW hat letztes Mal deine Corvette-Affektung. Ja, stille Wandel. Ja, beim letzten Netzplay, als ich eingeschlafen bin, oder was? Ja, hab ich mal eine Chance genutzt? Nein, ich weiß es nicht. Äh, das sagen alle Verlierer. Ja, deswegen, deswegen ist der Verlierer. Boah, deswegen ist der Verlierer, ja. Die Katapult, danke. Ja, bitte. Äh, nee, das war ich nicht. Oh, jetzt bin ich vorgefallen. Scheiße. Ach, toll, Moritz. Scheiße, Katapult. Oh, das war ich doch nicht, Mann. Ja, jetzt komm ich hier nicht weg. Danke, Marcel. Ich seh dich. Ich seh jetzt Lombatron, wie fährt der denn? Ja, wer sagt's du? So eckig. Jetzt fährt er, jetzt fährt er, oh, jetzt fährt er voller G. Ja, doch, ich dachte, los. Wie lahm. Nein, war gut. Oh, jetzt kommt Marcel hier auch noch. Du, Heinz. Ja, danke, Marcel. Sauber durchgerammt, das weiß ich nicht. Marcel, da geht's nicht. Aber ich hab' erst gesehen, wie das Polizeiauto fliegen gegangen ist. Marcel, du dachtest jetzt schon, dass es da nach rechts ging, ne? Nein, ich wollte ja bloß rechts vorbei. Ja, ja, das sagen sie alle. Ja, du hast gewohnt. Voll in die Wand gebrettert. Ach. Was hat der denn her? Oh, macht das nen Spaß. Holdryo. Was, jetzt fährt auch noch hier so ein Pulle mit uns. So um die Wette. Ich fahr' 250. Ja. 250, wie schnell seid ihr? Ja, ich meine maximale... Oh, das gibt's ja nicht. Toll, äh, 30. Oh, 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 oh. Ja, nee. Baller, baller, ey. Baller, baller, ey. Ja, aber ganz schön. Da ist dieser scheiß Pulle hier. Ah, ich gerate ins Fliegen. Ja, ich gerate ins Fliegen. Ja, ich gerate ins Fliegen. Faust im Weg, du Proll, ey. Achso, ja, jetzt, äh, in dem Rennen, ne? Also in der Zeit von dem Rennen hier, hab ich jetzt drei Freundschafts-Einladungen gekriegt. Ich auch nicht. Ich darf jetzt nicht lügen, ist ja Let's Play. Ja, vor allem sieht man's bei dir, ja. Ah, wir haben. Ich konnte jetzt nicht den Scheiß erzählen. Nein, ich fähre ja jetzt ins Mietjob machen wir das, wenn du Beweise sehen willst. Oh, das war jetzt so cool. Unter... Über... Wie cool war das? Wie cool war das? Bist du auch da drüber gesprungen? Ja. Ja, ich hab' den so knapp straffiert. Das war nicht gut. Das war unsauber. Das gibt Abzüge in der B-Note. Marcel ist vor dir, ich glaub, Marcel wurde gekettet. Oh, ich bin über Dingens gefahren. Wer ist da noch drüber gefahren? Ich nicht. Schieb ich mal eine an hier, ich fahre nur 120. Ah, da kommt nächstes. Das bin ich jetzt erwischt, man, diese Scheiße. Ja, ich seh's. Jetzt wirst du zum... Ah, Marcel fährt drücken, was machst du denn? Wir haben noch Zeit. Ich konnte überschaffen. Wer mich einer anschiebt, kann ich das schaffen, ich fahre nur 120. Ja, wie, also du bist schon wieder die Reifen gekettet, aber... Ich hab' nur einen, warte. Ich steh' auch keine Kurven mehr, kann mir nur einer helfen? Jetzt steh' ich irgendwo vor, wo gar nichts ist. Schieb mich mal an. Na, du sollst ja nicht durchfahren. Oh, danke, Marcel. Ey, ich hab' dich überholt, in Zahlen überholt. Ich hab' nichts getan. Doch, du hast mir den da vorgelegt. Ich hab' mich überholt, in Zahlen überholt. Danke. Ich hab' mich gar nichts verfolgt, in Zahlen überholt. Du Wichser, jetzt, Mann, ey. Gar nichts gemacht. Scheiße, nein, du doch nicht. Oh, jetzt bin ich komplett drüber gefahren. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja, ich glaub's noch alles in der Seele. Oh, 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 oh. Oh, ja, Tunnel, genau, da kommen welche, ja. Oh, ja, ich freu mich, da kommen die Polizisten wieder. Hm, ja, oh, hm, nein. Ah, scheiße, nein, ich will nicht erfischt werden. Nein, nein, nein. Knatterpult, da deiner Knatterpult. Ja, hab' ich. Mach. Welches das ist. Hm, danke. Bitte. Das hast du nicht. Ja, tief war ich das. Ja, hast du auch eingesetzt. Wie peinlich. Wie peinlich. Nein, ich schubte dir das Nagelband. Nein, du auch. Nein, jetzt kacken wir alle ab. Nein, ich bin noch da. Bam. Ja, ich glaube, man muss nur geschraubt, Alter, wer jetzt abkackt hat, das dann auch war. 200 Meter, das schaffe ich noch, in 36 Sekunden. Ah, das kannst du hinkriegen, komm, du schaffst das. Marcel, bist du auch drin? Ja, ich bin auch durch. Yeah. Yeah. 1.600 Presti, 3.096, Geld. Was nimmst du? Oh, wir haben Gold bekommen. 1.200 und ein Nitro mal 5, das ist doch schön. Gibt's auch grob ein Nitro? Nee, ne. Das wär's ja noch. Ich löse mal kurz die Geschenke ein, ne? Nitro mal 10. Ja, das kannst du im Spiel machen. Ja, das will ich auch hoffen. Ey, meine Freunde, was für... Was kann man was machen? Was für die Geschenke? Die Geschenke? Hast du noch Geschenke von dieser Aktion, ne? Zentrale, hier ist der exakt. Wie ob ein Freund, hä? Hä? Äh, wir haben die Einheiten, sonst können wir die Einheiten hier... Hä? Ja, genau, wie cool das kam so. Hä, wo der Hä? So bei der... Okay, E-Mail-Adresse, äh, die kriegst du jetzt nicht. Wir scheiß Spamer, ja, ansprechen. Mopo-Brücher-RT-Minus-Online.de Nein, das ist falsch. Ach so. Ich hab dich auch nicht gesagt. Ja, die benutzt sich schon herbe lang nicht mehr. Ach so, das ist jetzt nicht gut. Ja, das ist schon gut. Ja, die ist ja gelöscht, deswegen, weiß ich. Body Shop, um uns einen anderen Body? Wie, Body? Kommt jetzt tiefer, oder? Ja, wenn ich mir den Body hier kaufe. Was für Body? Ja, so ein Body. Sehr, Body! Da wird ja tiefer. Ja, wird er auch, hab ich auch gemacht. Aber das ist dann der gleiche, ne? Dargo und Ebon, ne, ist der gleiche dann. Ja, sind auch die gleiche. Aber Main, Martin, oder was das ist, der sieht anders aus. Ich hab noch zwei Geschenke, mal gucken, was ich... Sieht Martin besser aus, ja, ne? Ja, ich hab ja echt, ich hab ja echt viele Sachen, Alter. Ich hab noch... Das ist das Ausdruck vor über dem Nuwanschick. Ich wies kleiner Slyder. Warte, da guck ich mal. Warte, da guck ich mal. Gibt's diese Geschenke-Seite eigentlich? Also, kann man sich noch welche holen? Nein. Schade drum. Egal, ich mach mal hier auch Geschenke einlösen, ne? Hast du das jetzt auch gemacht mit dem Tiefer, ne, Marcel? Ja. Boah, bist du denn das Wahnsinn? Hier steht, man muss sich vom Spiel abmelden, du Mungo. Bei mir ging das im Spiel. Wie im Spiel? Ja, im Spiel gibt's einen Boost-Store. Ja, erzähl doch keinen. Ja, bei dem Store, da steht dann... Ja, okay, erzähl mir doch keinen. Ebon oder Darkour? Ja, hier, hol es dir. Ich geh auf hol es dir. Alter, ich hab schon einen Boost, ist ja cool. Wie du hast einen Boost? Äh, nein, das war ein Witz. Ah, oh man, das... Ja, wenn man Ebon einbaut, hat man automatisch Darkour auch mit eingebaut. Ist ja doof. Äh, wie sind das nicht beides? Hä? Ja, okay, ich kapiere gerade gar nichts mehr. Sauber, das ist schön. Oh ja, ich versteh mich dann. Schwarze Felgen? Boah. Blaue Felgen. Ich hab jetzt auch BMW auf, dicke schwarze Felgen. Ey, wenn man blau haben will, ne, das sieht so kacke aus. Das ist gar kein richtiges Blau. Du hast zwei unbeöffnete Geschenke, juhu. Weiße Felgen. Bombe. Aber nicht vorne, oder? Doch, vorne. Und dann hinten schwarz. Das ist dann so fett. Fett Kloss. Oder gelb. Was ist gelb? Dortmund. Das ist cool. Wer findet das auch cool? Ich nicht. Hm? Erst wenn die Hannover schlagen. Ach so. Tag, oldie, dinner. Vorsa, wie. Schwarzen, kill, poli. Ja, ja, haben sie schon geschrieben unter die Kommentare. Alle Schalker werden uns hassen. Ja, 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 ja.